es war dass man unendlich Munition hat mit der das gibt es ja nicht, das ist ja nicht gefixt nein was dann gibt es ja nicht, jetzt habe ich voll wenig Munition nur noch für meine Pistole ok, ich bin jetzt 250 Meter entfernt von dir ja, wenn du bist du schon ich bin fast bei der Fabrik und ich bin jetzt in Elektro gleich ich vertraue diesem Berg nicht ne, ich finde das auch ziemlich scheiße gerade soll ich mal in die Factory gehen? in die Factory kannst du nicht reingehen äh, ich spawne hier überall die Zombies, ey, geht mir doch nicht auf die Eier so, und jetzt so verhalten, dass die Zombies mich nicht am Arsch kriegen, ne? möglichst wäre praktisch, ja oh, da habe ich schon mal ein Haus, da gehe ich jetzt rein aber die Winchester hat doch sicher ordentlich Wumms, ne? vom Geräuschpegel hat sie auch vom Geräuschpegel ne, für Spieler nicht so ne, ich meine jetzt für Zombies, dass ich mich jetzt hier nicht mit 50 Schuss selber ja, geh einfach mal, gehst du jetzt gerade fuck, Zombie egal, lauf einfach renn ja, ich habe jetzt geschossen und es kommen ganz viele Zombies fuck habe ich gehört fuck, ich gehe ins Haus rein lauf einfach, wo bist denn du? ich bin in einem Haus drin lauf in die Feuerwehr ich bin in einem Haus drin lauf in die Feuerwehr halt die Fresse, ich bin jetzt in einem Haus drin mann in welchem Haus denn? äh, weiß ich nicht genau äh, das erste Haus neben der Factory ach, das kleine? ja, das ist vom, vom Baustil her genau so ja, lauf einfach raus, die Zombies, wenn du rennst, kommen die nicht und wenn du, geh einfach in den Turm der Feuerwehr und guck da nach Waffen oh fuck, es kommen gerade voll viele Zombies ins Haus rein ey, ich leh da Zombie laufen ja, es kommen hier über die Zombies rein das sind ziemlich viele alter wie viele Zombies kommen hier rein? ich werd's nicht überleben, Chris, ich werd's nicht überleben du bist ein Mongo, du hast ein Magazin mitgenommen ja nur noch fünf Schuss schieß die Zombies auf dem eigenen Rennen raus versuch's zumindest zwei Schuss die hohen Söhne gehen nicht aus dem Ausgang ich hab keine, ja, ich hab keine Munition mehr, ich bin tot wunderbar, ich bin tot ne, warte, komm ich jetzt ah, ich kann mich rausschleichen aus dem, ne, ich bin tot, kannst du knicken soll ich die Waffe droppen? ne ah, ich bin unmöglich nein alter, nicht ernsthaft doch du bist so ein Mongo, du helden Haus, wollen wir nicht Zombies erfolgen mit so wenig Muni? oh, Gott ja, das ist dumm was denn? man rennt dann eigentlich man schüttelt nämlich die Hälfte der Zombies mal locker ab oh, das ist verordentlich dumm gerade kommst du runter oder bleibst du da? weil dann würde ich nämlich jetzt so lange dann würde ich runter kommen? ne, 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 ich werde jetzt glaube ich so oft respawnen warte, die Zombies sind weg, ich kann glaube ich krabbeln ich komm runter zu dir ich kann hier rauskrabbeln, Chris wunderbärchen vielleicht kannst du mich ja noch so grad zu heilen vielleicht kannst du mich ja grad noch so heilen ich hab ein Bloodpack, darfst du, wer voll ist denn alles, hab ich dabei eigentlich wenn ich jetzt nicht völlig weggesnipert werde ja, die Zombies kommen hinterher ne, die hauen jetzt grad auf mich drauf ne, krabbel weg, krabbel weg, du kannst ja, ich krabbel noch weg aber die sind alle auf meinem Arsch dran wo bist du denn jetzt genau? neben der Factory, das sind grad zwei Zombies hab ich am Arsch die hauen mir auf den Hintern find ich nicht nett neben der Factory? ja, neben der Factory in dem Haus ja, neben der Factory in dem Haus ja, ich fähre dich warte das werde ich niemals überleben, Mama oh, ich bin hier voll am rumheulen Christopher, da hinten, ich sehe eine Rettung was, laberst du? ich seh dich schnell schnell ich kacke ab kannst du nicht übernagieren, Alter bleib mal, bleib mal da, wo du alter, du hast niemanden Bandage mitgenommen, oder was? doch hab ich bleib liegen bloodpack, bitte schnell, ich will nicht sterben du stirbst nicht alter, das wird das geilste Video fuck gif gif painkiller gif, du brauchst auch nochmal, bist dein Bein gebrochen? ja du bist doch ein Spassier, der hat nix dabei ja, du meintest, ich soll alles da lassen nein, ich hab gesagt, nimm die Grundausstattung an Medizin mit, hab ich gesagt ja, und das kannst du gerne auch noch in meinem Video nachgucken, wenn du es mir nicht glaubst ja, es ist in Ordnung hast du ein bloodpack dabei? ja finizier mal bitte du bist so ein Vogel ja, es tut mir leid, es ist einfach überunnötig setz dich hier, hock dich mal bitte hin und jetzt komm mal hier weg komm mal hier in den Busch hock dich hin mit dem Rücken zu mir bitte jetzt bewege dich mal nicht Alter bin ich derjenige, der hier mitten öffentlich drin rumsteht, natürlich, ne? richtig geiler Scheiß oh, das ist wie du bist so, jetzt gebe ich dir auch noch du bist painkiller, warte mal habe ich dir painkiller gegeben? äh, ich zitter auf jeden Fall nicht ja, dann habe ich dir painkiller gegeben großer Gott, du bist die Rettung meines Lebens, Christoph, weißt du Alter, und ich bin immer noch kein Hero Joe ich habe dir zwei Bloodrun Führungen gegeben und den ganzen Scheiß jetzt ich glaube ich lauf zurück und hol mir meine Sachen ja, hol dir einfach alle deine Sachen und dann kommen wir runter ich werde jetzt einfach schon mal reinlaufen, ich habe jetzt keinen Bock mehr nein, warte bitte, Christoph, ich gehe nicht da alleine rein, ich mache das nicht nochmal doch, du rennst einfach, Junge, ich renne jetzt ins Feuerwehrgebäude nein, noch nicht ja, okay doch ja, ich werde dann einfach reinsprinten ich weiß nur nicht, wie ich da hinkomme, ne? und wenn ich tot halt einfach runterlaufen den Berg dann durch ein Loch in der Mauer einfach in den Eingang rein ich weiß überhaupt gar nicht, ich weiß es vom Ort gerade hast du hier den Zombies erschossen? das ist ein toter Spieler, ach so so sieht's aus ach, jetzt habe ich Zombies am Arsch, das gibt's doch nicht, oder? egal, ich sprinte jetzt einfach durch im, 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 im Farmhaus können ja die Typen eh nicht so schnell laufen eben der Typ holt mich eh nicht ein also der Zombie aber wo den Berg runter? Ich habe keine Ahnung, wo das Feuerwehrgebäude ist ich laufe jetzt den gleichen Weg, wie ich gerade gelaufen bin, ne? na, mach einfach ja, äh, wie mach einfach? Ich weiß nicht, wo es lang geht du musst mir erklären, wo es lang geht, man Alter, als ob du nicht weißt, wo es lang geht das... echt teilweise, das ist eigentlich schart, ne? dass man nur sich ein bisschen in den Leck austrennt ja, so ist halt nun mal, ich hör mal nicht jeden Tag, wie sie zockt mach ich auch nicht huuuuuh hä? ich bin doch grad auf rearm nicht rearm nicht rearm ja, ich weiß take ja, ich... wir sind zwei AKM liegen hier, ja sicher ja, sicher als ob aber nur ein AKM hat im Magazin egal, dann schaff ich mir die AKM ohne Magazin und dann... okay, ich hab schon mal zwei Zaunen am Arsch oh, hier ist ja ein Zaun, da komm ich gar nicht durch fuck ne, du kannst eine AKM nehmen ja ja und die anderen lassen wir hier liegen im Magazin, die AKM tötet mit einem Schuss die Zombie zumindest und ich hab hier noch zwei Mal für meine AKS ist zwar schwächer, aber auch zwei Schuss, um die Zombie zu killen, aber... wieso, ist die Feuerwehr in Elektro direkt das Gebäude neben der Factory? ja, das mit dem Tor wo man reingucken kann gut, das freu dich nur richtig an ich seh dich laufen kann ich Zombies anlocken oder soll ich die überlassen? ja, ist für dich egal ich hab schon wieder Doors und Hunger, ey, das gibt's doch nicht wie schnell geht das denn bitte? weil du die ganze Zeit gerannt bist wahrscheinlich oder weil du so fett im Arsch gegangen bist ich komm jetzt runter lol was? ja, ähm, du gehst einfach oben auf dem Turm da liegt zwei von den AKM's frag mich nicht wie du da bist du ich sehe ich darf jetzt hier so an dem Zombie vorbei, dass ich den jetzt nicht am Arsch krieg Mowgli Hightbody Waren da jetzt keine großartigen Sachen mehr bei dem im Rucksack drin oder so? ne, der hatte gar keinen Rucksack ähm, renn einfach mal bitte wie wärs damit nö doch, mach jetzt mal, ich hab keinen Bock hier endlos lange ja, da bist du ja warte mal äh, geh mal den Turm hoch ja, ich guck hier kurz drin da ist nur du willst du ein Huntingknife? willst du ein Huntingknife? ja, Tatsache brauch ich sogar, hab ich aber oben im Turm ist auch noch eins AKM Magazin, haha du kleine Bitch ja, geil oben liegt die AKM äh, kann man direkt hochklettern oder muss ich durchs Gebäude rein? durchs Gebäude kannst du, ähm ach, und hier liegt ne Map, ne? in schlabbersch du Was ist denn das? Oh, der sieht aus wie die Map, die ich letztens gefunden habe. Naja. Ach ja, ich brauch meine Map noch zurück. Ja, hast du recht. Kannst du gleich machen, ich geh jetzt erstmal hier runter. Ooooooh, schäk schon leider. Ganz krass, was für diese musikalische Unterstützung. Ich hab noch Stunark-Magazine, die brauch ich eigentlich nicht wirklich. Loll, ey, wie verfuckt ist die Scheiße denn hier bitte? Ich hab vier Smoke-Renades. Komm mal da raus, ich werd danach das Gebäude zerstören, Alter. Ja, ich will mir erstmal die Waffen holen. Komm, komm, komm. Da seid ihr doch, Mamas. Also, zwei AKM-Magazine und eine AKM. Ist das nicht wunderbar aus? Ja, die AKM ist nur extrem laut. Aber ich bin ganz zufrieden mit der Cobra. Ich finde, mit der kann man viel geil erzielen. Ja, hier ist, was ist das? Hier ist das nur Bandage. Ja, da nehm ich die mal mit. Ja, geh einfach hoch und dann, jetzt kommen dann wieder runter, weil hier unten, ähm... Naja, brauchst du gar nicht. Ich lauf schon mal zu... Lass einfach mal loslaufen jetzt, bitte. Ja, warte. Ich hab keinen Bock hier... Ich hab keinen Bock hier für lange zu sein. Komm. Ja, warte. Ich will jetzt erstmal hier meine Sachen wieder aus dem Rucksack packen. Ne, das kann im Rucksack bleiben, du Schlampe. Ich bin ein kleines Nüßchen, ja. Du bist ein kleines Nüßchen, ja. Ich weiß, ich bist heiß. Ey, hier liegt ne M1014. Hab ich gar nicht gesehen. Oh, die wär dann schon... Ne, warte. Die wär nicht für mich. Die wär scheiße. Die AKM ist richtig geiler Scheiß. Die ist doch halt sehr laut, ne? Mach Innenansicht und, ähm... Aber richtig effektiv. In... Mach mal auf Full... Hast du auf Full-automatisch geschaltet? Wie mach ich das denn? Mach ma... Ähm... Mit F. Achtung, da kommt ein Zombie jetzt angerannt. Mach mal schnell auf Vollautomatisch. Wir müssen jetzt gleich mal losrennen. Ich weiß nicht, ob ich auf Vollautomatisch bin. Ich weiß es nicht. F! Oben rechts in der Ecke steht. Flair AKM. Flair... Semi... Full. Ah, jetzt weiß ich es. Okay, ja. Full. Da kommt ein Zombie. Gut, jetzt mal. Hast du, äh... Innenperspekt, also Ego-Shooter? Ja, Ego habe ich, ja. Hast du Doppel Minus gedrückt? Nein. Wofür? Doppel Minus. Mach es einfach. Du hast ein größeres Blickfeld. Und jetzt Lauf. Und zwar Sprinten. Doppel W. Guck dich auch mit Alt, wenn du Alt gedrückt hast, kannst du dich auch umschauen, ne? Ohne die Richtung zu ändern. Alter, wie viele Zombies hier sind! Lichooo! Ey, einer hat mich getroffen! Fuck! Ja, egal. Ist das ein Spieler? Nee, einer äh! Abern ja!